Willkommen auf dem Video. Dies ist eine Präsentation des Produktes Teleskoper TSO-PTICS Neftun-Spiegelteleskop. Professionelles Fluoreszenz-Mikroskop des A1 ADL 601F stellt die Fluoreszenz-Version des ADL 601P dar. In der Mikroskopbasis befindet sich eine Halogen-Durchlichtbeleuchtung sowie die Stromversorgung und die beiden stufenlos regelbaren Dimmer für Auflicht und Durchlicht. Die beiden trinokularen Mikroskopaufsätze vereinen in sich jeweils beide Beleuchtungsfunktionen, ferner die Möglichkeiten der Fotografie und binokularen Beobachtung, die Neigung der Okularstutzen beträgt 30 star. Zum Fluoreszenz-Aufsatz gehören eine Quecksilberdampf-Hochdrucklampe mit externem Netzteil, ein Filterrad und ein Strahlungs-Schild. Dieses Video ist Teilnehmer des Partnerprogramms von Amazon EU, durch Werbung und Links zu Amazon Amazon Deutschland. Für weitere Details und eine sehr viel auf Amazon Deutschland klicken Sie bitte auf den Link in der Beschreibung unten. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen.